Servus Leute, willkommen zurück zu Ninja Gaiden, die Lust auf dieses Spiel vergeben immer mehr, aber da ich ja kein, oh, das war Double Bad Attack, da ich ja. Fick dich doch, du scheißverficktes Telefon. Kurzer Schnitt. So Leute, da bin ich wieder zurück. Äh ja, es sind jetzt fast zwei Stunden wieder vergangen. Ich kann kotzen und ich habe mir extra, quasi hier für den Anlass, weil ich mich sowieso schon genug aufrege über dieses Spiel, habe ich mir extra Draget Keksi geholt. Ich hau mal auf die Packung, ihr hört es gleich. Ja, und die werde ich jetzt hin und wieder mal naschen, weil ihr wisst ja wie ich bin. Ich nasche gern Süßigkeiten. So, weiter. Äh, ich hätte jetzt fast einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt schon wieder draußen aus der Scheiße. Und ich habe einen Lebenspunkt verloren, woher denn? Ja, das Spiel zieht mir einfach so, gut, spring nicht. Das Spiel zieht mir einfach so Lebenspunkte ab. Keine Ahnung. Oh, ich bin Ninja Gaiden. Ich bin cool und so. Ne, bin ich überhaupt nicht. Ja, toll. Ja, hierfür brauche ich... Hau ab, du Wichser. Hierfür der Sprungangriff ist echt schön. Oh, die Flamme habe ich natürlich doch bekommen. Neu ist das Spiel. Ich zeige dir hier den Mittelfinger. Hier, Mittelfinger, da. Ja, hat man nicht gesehen, weil keine Webcam und so. So, wie mache ich den jetzt? Einsammeln und flüchten. Fickt euch doch alle gemeinsam. Ja, du kannst doch mal nicht wegen mit deinem Frisbee spielen. Wie soll ich das dann machen mit dem Vogel? Einfach durch. Ich habe das Teil getroffen. Ich habe es sogar noch eingesammelt. Oder das Spiel... Ne, ja, und den habe ich jetzt auch aufgeschlitzt. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich glaube, das ist auch die Logik dahinter, dass man das... Ja, so. Ich habe ihn sowas von getroffen. Und er schwebt natürlich. Ganz genau. Ey, die Musik hier geht mir jetzt schon sowas auf den Sack. Ey! Nein! Lasst mich einfach alle in Ruhe. Haut einfach alle ab. Ich bin ein Ninja, der unter Schizophrenie leidet. So ist das doch. Schizophrenie, also Verfolgungswahn. Ich glaube schon, oder? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich glaube zu fast 100% dass es Schizophrenie war, also Verfolgungswahn. So. Genauso! Okay, Neuland. Nie wieder diese Stelle. Ha! Hau ab, wollte ich sagen. So. Oh! Nice! Oh, das war dumm. Der hat mich doch nicht getroffen. Ah, genau so. Ach du! Nein! Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn verwechselt, aber dann kam der schon auf der anderen Seite. Ich dachte, ich habe gerade was gesehen, dass quasi der Ninja, also Ryu Hayabusa hier anders schlägt, wollte ich sagen. Oh, 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 oh. Hoch da! Ey, das gibt es jetzt nicht. Du kannst mich mal in die falsche Richtung. Oh, ich denke, ich hau ab. Ihr verarscht mich! Nein! Okay, nur mehr einer. Zack, jawohl. Ja, du kommst weg. Vogel. Ein bisschen weiter vor, der Vogel ist weg. Oh! Oh gut. Rio, ah, Jero, 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 Rio, du verdienst, ja, du hast es weg geschafft und so. Wo bist du, zeig dich, ähm. Aber kannst du auch den maskierten Teufel besieden? Ja, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Keiner kann mich besieden. Nicht mal dein Vater? Was? Ja, ich habe gerade keine Ahnung, welche Stimme ich dir gegeben habe. Dein Vater wurde nicht getötet. Er hat sich nur in den maskierten Teufel verhandelt. Jetzt übersetze ich es doch. Scheiße. Nein. Nein. Ich lese einfach weiter in Englisch, wo ist doch egal. Es wird so, dass Vater und Vater kämpfen, wenn ihr Vater und Vater kämpfen, wenn ihr Vater kämpft. Wake up, Vater! Ich weiß sowieso was das alles, das heißt Fathers-Eyes, das showed to him, he is controlled like a puppet. Ja, wenn es irgendwie brechen könnte, was kontrolliert ihn? Die unauffällige Kugel da, zum Beispiel. Was ist denn das für eine geile Musik? Okay, da ist die Kugel. Verpiss dich! Hoch da! Das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Okay, ich glaube, ich sitze in der Falle. Renn, renn, renn! Ha, das war's! Das war bestimmt nicht der Letzte. Das war viel zu einfach. Und ich habe alle meine Punkte verbraucht. Das war's! Woher am I? Ryu? Are you Ryu? Yes, Vater! Ah, he is awake! Ah, mein Blick töte dich! Der Chakiru! Oh! You both will die! Kamehameha! Watch out! Oh, epilepsy! Vater! Vater! You've got to get them for me! Get them for me! Father! Wie auch immer! Yo, da ist Kamehameha! Jetzt bist du als Todes! My sword will kill you! My sword! Okay. Okay, ich habe ihm Schaden zugefügt. Ey! Was? Wie viel Schaden... Wie viel Schaden macht er? Drei... Ich dummer Hund! Drei Schaden?! Ne, 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 ne! Ich spiele gerade wie so ein Depp. Ja, das war's. Ja, fange ich wieder von dieser komischen... HHHHHH! Äh... Ähm... Ähm... Das war's für heute. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ey. Ja. Okay, Spiel. Du hast es echt so weit gebracht. Ihr verhurten Entwickler, was habt ihr... Das ist nicht euer Ernst. Die meinen das ernst. Oh Gott. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das habe ich ihm vor mir. 6-2. Weg, du Jacke. Oh, das... Okay. Also. Ich habe ein Leben beim Boss verloren und musste dann alles nochmal neu machen. Vom kompletten Sechser aus. Also 6-1, 6-2, 6-3. Und den Boss. Und höchstwahrscheinlich den zweiten Boss. Muss ich alles mit einem Leben schaffen. Beziehungsweise ab 6-3 kann ich ja immer wieder sterben. Das heißt, ich muss 6-3 den ersten Boss und den zweiten Boss mit einem einzigen Leben schaffen. Mit dem ersten Versuch. Und beim zweiten Boss darf ich keine Special Waffen verwenden. Habe ich das gerade richtig so erkannt? Oh, ihr verhurten, verfickten Entwickler. Tecmo. Oh. Ich wette, Hitler war ein Teil von Tecmo. Oh, das... Hohoho. Okay. Ihr Schweine. Ja. Ich fühle mich gerade... Ey, das ist... Unterste Schublade. Das ist echt... Jenseits aller Bösartigkeit. Ja, super. Ja. Meinetwegen. Hau ab! Ja, das... Bord immer wieder. Ey, das ist nicht wahr. Das ist... Ey... Warum spiele ich diese Scheiße nochmal? Ach ja, weil die anderen Projekte alle nicht gehen. Hehehehe. Ah. Was war das gerade? Ich sollte vielleicht mein Headset nicht gegen meine Ohren hauen. Ich bin gerade so... Ich bin gerade so demotiviert. Aber Leute, erkennt mich ja. Also, falls das hier das erste Projekt ist, was ihr von mir seht, herzlich willkommen. Oh, Mann. Ich... Oh. Natürlich hat sie mich getroffen. Ich, Tunkle Wolf, bin ja ein Nicht-Safe-State-Nutzer. Und von daher... Gibt es in diesem Spiel für mich so etwas nicht wie Safe-States. Ich habe schon gesehen, dass er wiederkommt. Deswegen auch das FF, weil ich FF sagen wollte. Ich bin gerade so enttäuscht von dem Spiel. Aber nicht, weil ich dachte, ey, das wird leicht. Sondern... Weil mich das Spiel komplett zurücksetzt. Es wäre so, als würde man einen Rechner neu aufsetzen. Das hat das Spiel gerade mit mir gemacht. Hoch, 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 hoch. Es hat mich quasi neu aufgesetzt. So, ganz nach dem Motto, öh, du versuchst Ninja Gaiden zu spielen? Nee, jetzt erst mal wirst du wieder ganz weit unten anfangen. Ganz zu Beginn der Nahrungskette. Das Spiel denkt sich so, ja, du meinst ein guter Jump'n'Run-Player zu sein? Wir zeigen dir mal, was hier von einem abverlangt wird. Du wirst hier nicht weit kommen. Und jetzt fangst du ja auch mit unfairer Scheiße an. Oh Gott, ich habe dich sowas von... Ich habe dir sowas von das Bein amputiert. Leckt mich doch alle, ihr verfickten Ninjas. Ich habe mich... Verdammt nochmal gedreht. Ja, prügel mich über den Haufen. Oh, ich bin ein Ninja. Oh, ich werde von einem Baseballspieler über den Haufen gekloppt. Der nix macht, der einfach nur aus dem Raum rausläuft. Ja, und weiter. Mach... Schlag doch fest dazu. Mach so einen Instant Death Mode oder was. Ja, du. Schieß mein Messer in den Nacken. Nee, du schießt mir lieber in die Ferse. Achillesferse. Rioferse oder was weiß ich was. Oh, ich... Hab gerade richtig Kopfschmerzen von dem Scheißdreck hier. Hab weh. Ich will euch alle nicht mehr sehen. Keine Fledermaus, kein Messerwerfer und auch das Messer des Messerwerfers nicht mehr. Müsst du wieder? Nee. Okay. Vielleicht kann ich das nutzen. Nein. Ja, jetzt kommen sie. Nee, weh. Fuck, da war ja das. Ich hätte den Sprungangriff behalten sollen. Und ich hätte das vielleicht einsammeln sollen. Ey. Ich wette, ihr lacht euch jetzt tot, nicht wahr? Weil der sich mit... Guckt euch das an, der kreilt sich mit seinen Zehennageln in die Wand rein. Was haben denn der? Bohrernägel oder was? Ja, verkackt. Moment. Weg da. Jetzt kommt hier ein Vogel. Nee, die Fledermaus. Ich kann nicht mehr. Ey, du... Ja. Fall in den Tod. Ich wollte dich als Saftsack bezeichnen, aber langsam glaube ich, Rio ist der der Saftsack. Hast du dich mal wieder gut in die Wand reingekrallt, nicht wahr? Ich stirb, Bastard. Ähm, Leute. Es gibt keinen Sinn mehr. Ich werde hier den Party schon beenden. Wird zwar ein bisschen kürzer, aber scheiß doch drauf. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist... Das ist so bockunfair, ihr verfickten Entwickler. Ich wette, Hitler hat die Firma Tecmo gegründet. Ja, nehm ich sogar stark an. Aber, naja, was soll's. Bringt hier nix, alle möglichen Leute in den Dreck zu ziehen. Ich würde mal sagen, das war Ninja Gaiden für heute. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich versuche, diese Scheiße hier durchzuspielen. Und der Safe State kann mich mal am Arsch lecken. Aber sowas von. Bis zum nächsten Mal, fährt er euch.